Wir haben auf jeden Fall hier Petrits Weihnachtsgeschenk. Ihr seht schon, es ist eine Sache, die ich Petrit sehr freuen will, weil Petrit hat halt immer schon Probleme mit dieser Thematik, aber ich denke mal, dass wir eben mit ihm, mit diesem Geschenk eine wahnsinnige Freude machen können und ich finde, so ein Aufenthaltstitel tut auch jedem gut, oder? Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack und mit dabei ist der liebe Early Boy wieder und der liebe Darlukar. Und ja, wir wollen heute ein bisschen Weihnachtsstimmung in Craft Attack bringen. Ich hatte gerade auch ein bisschen am Kino gewerkelt und ein wenig weitergebaut und ich dachte mir, Mensch, diese Kistengeschichte, das mache ich irgendwann anders. Ich finde das Lager so an sich ganz chillig, das ist ganz schön und ich dachte mir, dass wir heute einfach mal ein paar Geschenke vor jede Haustür setzen. Ich fände das einfach schön, dass wir gemeinsam den Geist der Weihnacht weitertragen, denn es ist halt schade, dass wir alle so in dieser schnelllebenden, Zeit wirklich gar nicht mehr uns darauf besinnen, was Weihnachten eigentlich heißt. Denn Weihnachten ist nicht nur eine Zeit des Schenken, sondern Weihnachten ist eine Zeit der Liebe und der Zuneigung, Early Boy. Und ich weiß, dass du immer Probleme hattest mit Liebe und Zuneigung, weil du halt auch nie Liebe und Zuneigung erfahren hast. Ich weiß, das ist schade, aber ich werde dir da auf jeden Fall jetzt beistehen und dir helfen und würde dich als erstes fragen, liebevoll und zuneigend, hast du Clay? Weiß ich nicht, nö, ich kann aber warten. Der hat nix in seinen Kisten. Ein richtiger Wichser auf jeden Fall, okay, bei ihm läuft. Ja, ich weiß nicht, also ich würde auf jeden Fall gerne Geschenke aus Clay machen, weil Wolle ist so... Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wolle ist halt gay im Gegensatz zu Clay, ist dein Sportspiel hier, ja komm. Schrei halt gerne mal ein bisschen rum, kein Problem. Ich würde mich auf jeden Fall gerne, wie gesagt, in dieser Folge ein wenig auf den Grundgedanken von Weihnachten beziehen und einfach mal dafür sorgen, dass eventuell wieder ein bisschen Frieden in dieser grausamen und schrecklichen Welt einkehrt. Und ja, ich würde mich jetzt hier nicht als Weihnachtsmann darstellen, aber ich bin schon so eine Art Weihnachtswichtel oder Weihnachtswichser, wie ihr das wollt. Ja, Weihnachtswichser passt eher. Ja, das stimmt. Habt ihr denn irgendwie Wünsche oder sowas oder wünscht ihr euch was? Öddyboy, zum Beispiel was wünschst du dir zu Weihnachten? Äh, Mediakartvertrag. Haha, okay, das war cool. Ne, sei mal ehrlich. Was wünschst du mir zu Weihnachten? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir eigentlich generell Geld. Das ist immer so ein Problem, weißt du, bei Weihnachten, wenn jemand fragt, was wünschst du dir denn? Dann hängst du erst mal da so... Ja, so ein Popcorn-Eimer wäre schon cool. Ja, aber ich denke, das ist doch auch damals anders als heute. Heute kauft man sich doch sowieso das, was man eigentlich gerne hätte, während man sich damals noch Sachen wünschen musste. Das stimmt, ja, ja, klar. Also, ich meine, heute verdienen wir halt alle miteinander irgendwann selber Geld, ne? Und das stimmt auch, das kommt noch dazu, klar. Generell finde ich sowieso, ich finde halt generell Geschenke und Schenken an Weihnachten immer unglaublich schwierig. Schenkscheiße.eu? Wie bitte? Schenkscheiße.eu. Lieben gerne an Weihnachten. Aber es muss halt auch immer eine Sache sein, wo sich die Leute drüber freuen, weißt du? Es darf halt nicht nur irgendwie etwas Beliebiges sein, sondern auch schon eine Sache sein, wo ich halt weiß, hey, derjenige, der das jetzt bekommt, der freut sich auch wirklich darüber. Und das ist halt bei Weihnachten, finde ich, immer super, super schwierig. Die kennen das sicherlich alle, wenn ihr da so Geschenke oder sowas habt. Und, ja, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall gerade noch in der Mache oder in meinem Kopf, es steht auf jeden Fall schon seit Längerem die Idee, eine Last-Minute-Geschenke-Folge zu machen. Patrick werde ich auf jeden Fall schon mal schenken, für den habe ich nämlich schon eine Idee. Am besten setze ich ihm das hier. Wir reißen ganz gut seinen Brunnen ab. Dafür, ich meine, ich bin der Weihnachtsmann, hallo. Dass wir das hier so hinstellen können. Der Weihnachtsmann kommt durch den Brunnen. Ne, der Weihnachtsmann reißt Brunnen ab, damit er Geschenke hinsetzen kann, ist doch klar. Kennt doch jeder. Wer kennt nicht den Brunnenabreißmann, hallo. Und, early, hast du echt kein Clay? So, auf der Hand habe ich gerade keinen Clay, ne. Schade, ja gut. Egal, dann mache ich das halt irgendwie anders. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall gerade in der, oder seit ein paar Tagen schon in der Überlegung, ein Last-Minute-Geschenke-Video zu machen. Aber bis jetzt kommt da nur ein Stoßball rum, keine Ahnung. Mal gucken, ob ich das mögliche mache. Aber ich fände es ganz interessant, weil eigentlich viele Leute immer... immer Probleme damit haben und ich genauso. Und ich glaube, vielleicht sollte ich mir das erst mal bei jemandem anders angucken, bevor ich sowas mache. Weil ich halt selber bei vielen Leuten noch gar nicht weiß, was ich schenke. Aber Petret habe ich auf jeden Fall schon mal eine Idee. Und ich denke auch, dass sich Petret darüber freuen wird. Wir müssen mal ganz kurz schauen, dass wir hier irgendwie Holz bei ihm finden. Also, sein Weihnachtsgeschenk besteht aus seinen Item. Ist das schon mal ganz cool. Ja, man weiß ja auch, was er hat. Richtig, genau. Ich weiß halt auch, was Petret braucht. Ich schaue jetzt erstmal seine Kisten. Hier sind zum Beispiel Prismarinkristalle. Prismarinkristalle. Ist stark auf jeden Fall. Kann man gebrauchen. Der braucht es nicht. Eine Kiste brauche ich auf jeden Fall. Und ein Inkstack brauche ich dafür. Weil Petret kriegt noch nicht etwas von mir, was einzigartig ist. Wo er sich auf jeden Fall darüber freuen kann. Ach, hier ist der schon. Ne, das brauche ich nicht so weit. Eine Feder brauche ich. Und Bambus. Und ein bisschen Later. Bambus. Haben wir Later? Hast du Later, Early Boy? Du hast ja ganz viele Tyrants. Ich habe alles. Du hast alles. Ich meine, ich bin halt so ein Hartz-IV-Weihnachtsmann, weißt du? Der sich die Geschenke aus einer von aller Leuten zusammenschnort. Also quasi, eigentlich verbringe ich keine eigene Weihnachtsleistung. Vielmehr gehe ich halt hin und schnurre mir die Geschenke von aller Leuten zusammen und schenke die dann weiter, weißt du? Das ist so mein Ding. Viele Leute sagen, das wäre erbärmlich. Ich finde es aber modern. Das ist ein modernes Gesellschaftsmodell und ich ertrinke hier gerade. Hallo? Hey, wieso ist Petret? Warum steigt meine Petret-Brunnen so langsam auf? Keine Ahnung. Was für Grund ist... Nee, das ist richtig strange. Diese 4x4-Loch. Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade, ich wäre ertrunken, Alter. Oh nee. Stell dir mal vor, der Weihnachtsmann. Er trinkt einfach an Weihnachten. Wäre ein bisschen schade. Es ist noch kein Weihnachtsmann. Hier ist nicht so kein Weihnachtsmann. Ich bin Ödibur. Ich mache die Stimmung kaputt. So. Was macht ihr denn gerade schönes? Ich repariere gerade mal den Weg hier, der immer... Hat mir schon wieder hier reingesprungen. Ich voll trottel. Oh Gott, nein! Den Weg, den du gesprungen hast. Alter. Alter. Ich habe gerade einen Creeper mit einem Hit getötet. Hätte ich ihn nicht mit einem Hit getötet, hätte er mein komplettes Haus weggesprengt. Ist stark auf jeden Fall. Macht Spaß. Definitiv. Ich habe Spaß. Ich bräuchte von dir mal einen Leder, Ödibur. Dann würde ich nämlich Petrit etwas schenken. Ich weiß, dass Petrit halt wirklich etwas braucht und etwas hat, was er sich schon immer gewünscht hat. Und zwar? Steckt euch Weihnachten in den Arsch. Es gibt nur Geile und Nacht. Nur den Geile und Nachtsmann. Lieberüße Kev. Ja. Das war von Broken Summs. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Erli, hast du... Steckt euch den Weihnachten in den Arsch. Hol mir mal bei dir irgendwo ein Leder raus, ja? Irgendwo sollte ich ein Leder haben. Ich habe ein Leder für mich gefunden. Ein Lack und Leder. Geile und Nachten auf jeden Fall. Geile und Geile. Du bist auch so fick und fertig. Ich bin fick und fertig, du. Wie schreibe ich nochmal das Book? Wie mache ich nochmal Book und Quill? Einfach... Da fragst du den Verhalten. Ja. Okay, okay, gut. Ich habe es. So, Buch und Feder. Und jetzt kriegt Petra von mir eine... Dies. Wo ist der Creeper in der Stadt? Er kann doch noch hier. Defekt gebeamt. Komm schon, irgendwo werden doch noch Mobs sein. Verdammte Scheiße. Was brauchst du? XP, ich will meine Sachen reparieren. Ich weiß nicht, extra in die Hölle. Ich wollte ja sagen, habt ihr nicht in der Hölle? XP ohne Ende? Ja, aber da muss ich so Ewigkeiten hin. Wobei... Ach, hier, holen wir. Guck mal, sogar Kunker hat seine Aufgabe erfüllt. Der hat einen Schneemann vor seiner Haustür. Jetzt gucken wir mal, was die Porky's haben. Äh, Porkshop Media, beziehungsweise Kilian, hat bei mir ein Schild ins Haus gestellt. Äh, ich weiß nicht mehr was, irgendwas so und so, dieses Haus wurde für Scheiße befunden. Liebe Grüße, Porky's. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier Petrits Weihnachtsgeschenk. Ihr seht schon, es ist eine Sache, die ich Petra sehr freuen will, weil Petra hat halt immer schon Probleme mit dieser Thematik. Aber ich denke mal, dass wir ihm mit diesem Geschenk eine wahnsinnige Freude machen können. Und ich finde, so ein Aufenthaltstitel tut auch jedem gut, oder? Ja. Ja. Ein, was ist es? Ein Aufenthaltstitel. Petra darf nicht unbefristet in Deutschland bleiben. Ist doch stark, oder? Sicher? Das ist stark. Ist auf jeden Fall cool. Ähm, ich würde auch sagen, dass das so eine Sache ist, die Petra schon immer aus dem Herzen sprach. Für Petrits von Revy. Scheiße, da kommt ein Zombie. Gott, der geile Nachtsmann. Der geile Nachtsmann wäre fast gestorben. Ähm, ich weiß nicht, was schenke ich denn Rotpilz? Das ist auch so eine Sache, ne? Man schenkt Rotpilz, würde ich am liebsten, ähm, oh, keine Ahnung. Was schenkt man dem Schwulen? Ein Dildo? Ähm. Ich weiß nicht, Alter. Was schenkt man den Leuten so? Was schenkt man zum Beispiel Rotpilz? Hast du eine pinke Wolle? Pinke Wolle, das wäre eine Idee eigentlich, oder? Vielleicht werden Early Schafe nochmal gefärbt. Vielleicht werden Early Schafe nochmal gefärbt. Ich habe schon pinke Schafe, die müssen aber nur noch wachsen. Ah, haha. Ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich glaube, Rotpilz kriegt einen, ähm, einen Schwanz, ja? So einen pinken Penis. Ist auf jeden Fall cool. Ich bin ja auch so jemand, der sich bei Geschenken, ich mache mir auch bei Geschenken immer wirklich Mühe und versuche das auch. Ich muss mal zu seinem Haus kommen. Hallo. Hallo. Hast du gerade gesehen, Early Boy? Was? Achso, ich habe zwei Bilder von deiner Wand gerissen. Tut mir leid. Sag mal! Ja, ich habe jetzt gerade die Tür nicht gefunden. Da muss ich halt ein Loch in die Wand machen. Drei Stunden später. Hallo. Oh! Mann, was soll das denn? Irgendwie, dein Haus brennt. Oh, oh, Early. Dein Ernst, jetzt? Ja, es tut mir leid. Oh, fuck, oh, fuck. Hattest du nicht mal Bilder an der Wand? Schst. Hör auf. Ja, ja, genau so sah es vorher aus. Das ist Early Boy's kleiner Zoo. Das ist ein Schaf, ein Yeti und so. Ist doch schön. Ich weiß gar nicht. Hast du Schneebälle in der Tasche? Die muss ich immer durchs Haus werfen. Das ist super. Da hätte ich Bock drauf. Oh, er kommt, er kommt. Ach, der macht doch nichts. Ich habe nichts gemacht. Hör auf, Early. Sag mal, lassen wir mal ein Eisen hier. Ja, tut mir leid. Ich musste, ähm, also, kommt ruhig rein, Freunde. Kommt. Lasst ihn, lasst ihn. Hallo, Early Boy, ich habe Gäste eingeladen zur Weihnachtsparty. Hör auf, die Gäste umzubringen, du süße Part. Early Boy, es ist Weihnachten. Hör auf. Nein, mein Pferd. Hör doch auf, die Gäste zu töten. Early Boy, bitte. Du bist wieder wahnsinnig. Early Boy, unsere Gäste zur Weihnachtsparty. Nein, Early, nein. Nein, lass die Gäste in Ruhe. Hör auf. Hör auf, Early Boy. Nein, das war mein Onkel. Early Boy, du bringst meine ganze Familie um. Mann. Ich habe diese Leute geliebt. Glaube ich denen nicht. Okay. Du hast die Schafe für Geschenkpapier gefärbt, nehme ich an, ne? Mann, ich war eben im Netto. Hast du dir schon deine neuen Bilder angesehen? Ist stark auf jeden Fall. Gibt dir deine neue Bilder. Sag mal, hast du gerade meine Schafe getötet? Nein, nein. Hallo, hier ist ein Creeper übrigens. Natürliche Selekt. Wie ist das jetzt passiert? Rewi! Wie ist das jetzt? Oh. Schnell weglaufen. Es tut mir auch leid, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Komm, Freund, wir gehen. Wann bist du denn da, ihr scheiß Viecher? Wir zwei gemeinsam gegen die Welt. Wir zwei. Digger, du bist mein Lieblingsschaf. Dich liebe ich über alles, weil im Endeffekt, ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt. Hallo, bleib hier. Ey, Bruder. Bruder. Oh ja, so ist es schön. So, komm mal her. Zack. Ja, ein bisschen blöd ist gelaufen auch, Earlyboy, oder? Ja, ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde doch sagen, dass wir jetzt hier die Folge am besten beenden, bevor jetzt hier weiterhin Angst und Schrecken herrschen. Das war's von dieser Folge. Nein! Mach's gut, ne? Dann hab ich meine Schafe getötet.